Happy Birthday Anil Bedellia, Happy Birthday Uluvas9 Adenecan, Happy Birthday Alex Miraz, Happy Birthday Anglert Adriana, heute habe ich das Spiel Wasch Royale, viel Spaß. Und los geht's, normal mag ich ja solche flachen Spiele nicht, was ich bei solchen Spielen allerdings gut finde, ist, wenn ich aufnehme, habe ich hier einen freien Platz, wo ich mich frei machen kann. Aber egal, wir machen jetzt, wie immer würde ich sagen, ich mache einmal eine PvP-Runde und einmal eine Co-op-Runde. Dafür schaue ich erstmal kurz, welche Karten heute Plus haben. Okay. Eigentlich wollte ich ja vorher immer die stärksten Karten haben, aber irgendwie habe ich das da schon wieder geändert. Okay. Einfach steht noch dazu. 8,7,7guks, 7,76, 8,7,7,7. 5,6. Achso. Nee, das sind die stärksten Karten. Ah. Okay. Dann gehe ich jetzt hier rein und hier setze ich die Karten rein, die heute extra Schaden machen. Ach der ist ja drinnen. Der ist nicht drinnen. Auswählen. Und hier sind zwar noch die anderen beiden Karten rein, die am meisten Schaden machen. Da haben wir dann noch einmal den hier. Ich glaube den könnte ich drin lassen, oder? Die beiden sind drinnen und der ist drinnen. Ja, die lassen wir drin. Den benutzen wir für eigene Koop und die benutzen wir einfach gegen einen Spieler. Dann starten wir mal. Oh, erst noch was einsammeln. Vielleicht kann ich hier noch jemanden aufwerten. Kopf juckt. Okay. Dann. PVP. Äh. Welchen hat ich hier erst angewählt? Ah. Werde ich ja gleich sehen. Keiner spielt? Hm. Schade. Bitte warte noch 130 Sekunden. Ja gut. Das sind 2 Minuten und 10 Sekunden. Das ist eine lange Zeit zum warten. Habe ich es wohl noch nicht bei dem Spiel gehabt. Kein Gegner gefunden. Kein Gegner gefunden. Dann machen wir erstmal Koop. Eins zufälligen. Ah. Da haben wir ihn gefunden. Ich hoffe der ist besser als ich. Ich mache erstmal. Ich mache den Spielablauf wie immer. Ich werde erst alles voll machen. Ich mache den Spielablauf wie immer. Danach werde ich alle auf Level 2 setzen. Dann werde ich alle auf Level 2 setzen. Okay. Alles voll. Jetzt sind alle auf Level. Weil man halt eine Karte hat wo man sagt. Ey. Das ist meine stärkste Karte. Ich werde eigentlich nur auf dieser Karte gehen. Aber ich habe jetzt hier nicht so. Wo ich sagen kann. Das ist meine super Karte. Die wird hier alles weg rotzen. Das habe ich leider nicht. So. Alle Level 2. Perfekt. Bis zum Boss. Und dann werden wir jetzt mal. Alle aufwerten. Okay. Wieder alles voll machen. Okay. Jetzt werde ich wieder alle auf Level 3 machen. Und das die ganze Zeit. So. So. Wie der hier oben. Der bräuchte ich jetzt nur auf die hier zu gehen. Weil der hat alles nur mit einer Farbe, sag ich jetzt mal voll. Der ist richtig mega dran. Das würde ich jetzt auch machen. Der wird hier in Level 4 gleich raus machen. So. Jetzt kommt der Boss. okay und wir werden jetzt wieder schnell alle zusammenfliegen das war alles irgendeiner fehlt da jetzt werde ich wieder alles zusammenfliegen erst wenn ich hier bei über 400 bin dann werde ich hier alle aufleveln ob das eine gute idee ist keine ahnung gut 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 Ah, den habe ich vergessen. Jetzt wollen wir den auch nochmal rein. So, jetzt einmal wieder voll machen, bevor der Boss kommt. Oh, ob ich das so schaffe. Ich hoffe es. Nein, schneller. Ah, verlieren wir. Ach, das war ja mal richtig knapp. Go, go, go! Noch drei Stück kann ich setzen. Noch zwei. Ach, schaffe ich nicht mal vom Boss. Aber zwei Freifelder ist eigentlich auch okay. Scheiße. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Niederlage. 2,1 Millionen, 2,4 Millionen. Er war besser als ich. Naja. Weiter, 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 weiter. Dann werden wir jetzt mein erstes Kartendeck nehmen mit meinen stärksten Karten. Oh, erstmal eine Belohnung abholen. 3 Quests. Fertig. Oh, gut. Gut. Ah, noch eine Belohnung einsammeln. Oh, den habe ich nicht. Und dann. Erstes Deck. PvP. Warte. Gleich steht da wieder. Warten Sie 130 Sekunden. Nein. Nein. Gott sei Dank nicht. Oh. Das sieht schlecht für mich aus. Das, ich brauche noch welche, die Scham machen. Nicht nur die Leute, die einfrieren oder die verstärken. Ah, noch einer zum Einfrieren. Okay, jetzt ein bisschen mehr Schein bitte nochmal so ein. Ach, komm. Wann wir den da? Das sieht schlecht aus. Warte, wann wir den hier auch? Ich verliere. Bamm, 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 bamm. Das ist doch nicht. Boah. Na gut. Das waren die zwei Runden, die ich spielen wollte. Ich bin jetzt ganz traurig. Beide verloren. Aber egal. Ich will mein Ticket ab. Und sage offline. Aktualisiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis zum Glück. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum Glück. Tsch Stig. Tsch Tsch Bis zum nächsten Mal.